Musik Ja, wir rechnen fest damit, dass wir im Spätsommer endlich unsere Arena hier in Schaffhausen eröffnen können. Musik Ja, der Standort hier in Schaffhausen ist natürlich für unsere Meck-Arena ideal, mitten in der Gemeinde Wattgassen, für alle gut erreichbar und wir haben direkt nebendran die Sporthalle und einen unserer größten Kindergärten, also ein Ort, wo ohnehin viele Kinder und Jugendliche jeden Tag sind und da bietet sich der Standort natürlich perfekt an. Musik Unsere ProWin-Arena kann ganz multifunktional genutzt werden, nicht nur das Jugendtraining im Fußball, der JSG Biestal kann dann dort stattfinden, sondern auch der private Fußball oder auch ganz andere Sportarten, Festivitäten, Kindergeburtstage, alles ist in dieser Halle möglich und kann jederzeit auch ganz einfach online gebucht werden. Musik Mit ProWin haben wir einen ganz starken Partner gefunden, der mit uns die Meck-Arena hier in Schaffhausen umsetzt. Und natürlich brauchen wir auch noch weitere Sponsoren, die mit Bannenwerbung oder anderen Maßnahmen hier die Jugendarbeit der JSG Biestal in Schaffhausen unterstützt. Musik Musik Ja, der ausschlaggebende Punkt war, wir wollten für unsere Jugendarbeit etwas ganz Besonderes schaffen, was wir haben. Was es im Saarland sonst so noch nicht gibt. Das ganze Jahr über zu jedem Wetter eine perfekte Trainingsmöglichkeit für die Kinder und Jugendlichen der JSG Biestal schaffen und ich glaube, das wird uns hier auch gelingen. Musik 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 Musik